Entering Conclusion 18 Gegner, das heißt Endgegner-Level dann. Dann machen wir hier erstmal alles weg. Na, wir haben nur noch vier Gegner, offensichtlich. Secret. So, jetzt müssen wir rausfinden. Ah! Komm schon. Das ist eigentlich mit dem Flammenherr. Wenn wir den hier benutzen und von hier oben... Nee. Komm schon. Mann, das ist gar nicht so einfach. Ja, nice. Das war jetzt ganz schön einfach. Obwohl ich zuerst gesagt habe, hey, das ist gar nicht so einfach. Aber es war dann doch ganz schön einfach. Zumindest weil man nur zweimal reinschießen musste. Na okay, wunderbar. Dann würde ich mal sagen, war es mit dieser Watt. Und dann sieht man sich bei der nächsten Watt wieder. Bis dann. Ciao.